Willkommen zurück zu einer neuen Folge Varios, wir joinen auf den Server drauf, okay, ähm, wir werden heute fighten, Leute, gegen Hashtag Armageron, das ist das Team mit Z-Sensei und Ryuga, soweit ich weiß, und, äh, wir werden jetzt gleich drauf joinen, ich suche gerade noch ein bisschen nach einem Apfel, weil ich will endlich einen Apfel haben, aber ich finde einfach keinen, wie ihr sie gerade sehen könnt, ähm, Und, hier sind meine Korts, die kann ich jetzt eh zeigen, denn, höchstwahrscheinlich, zum einen werde ich wahrscheinlich heute sterben, und zum anderen, ähm, gehe ich jetzt eh in deren Richtung, deshalb muss ich ja eh wissen, welche Korts ich gerade bin, damit ich weiß, wo lang ich muss, und, äh, ja, ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag gehabt, ich werde jetzt, also, ich hatte auch einen schönen Tag, aber ich glaube, jetzt wird mein Tag ein bisschen vermiest, denn, ähm, ne, okay, da kommt ein Babufrick drauf, hi, Hey, gegen den wollen wir nicht kämpfen, er ist es nicht, der wird gleich drauf kommen, ja, legt gerade, glaube ich, ein Video hoch oder so, ähm, Tag, So, ich finde einfach keinen Apfel, ich weiß nicht, wie die Leute Apfel finden, irgendwas mache ich ja falsch anscheinend, Braucht ich wirklich eine Schere für einen Apfel? Moment, vielleicht muss ich einfach die Bäume abbauen, Das versuche ich mal kurz, wenn ich mir, äh, ne Axt mache, ob ich dann, äh, mehr Glück mal, habe, dass dann Äpfel spawnen, ups, Ich bin ein bisschen nervös, weil ich jetzt davon ausgehen werde, dass ich sterbe, Also, ich werde, ich, mein Bestes gehen, nicht zu sterben, das ist ja, klar, aber, ja, Zack, 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 so, ich hoffe, das hilft mir dabei, Äpfel zu bekommen, Ich will mindestens einen Apfel, Leute, mindestens einen Apfel, dann bin ich zufrieden, Was guckst du mich so an? Dachte ich mir. Na, komm, krieg den nach oben, Moment, Wir brauchen uns einfach easy peasy nach oben, Okay, nice. So, Apfel, 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 ist noch keiner gedroppt? Immer noch keiner? Komm schon. Okay, sollten wir gleich kommen. Wir wollen uns in der Mitte treffen. Ich hoffe, der kommt jetzt, sonst wäre kacke, weil, sonst wäre ich ein bisschen meine Folge, weil, wenn ich diese Folge nicht fighte, bin ich so oder so raus. Deshalb, äh, ja, wenn er gleich nicht rein doint, dann, frage ich einfach den anderen Typen, ob der kämpfen will. Das ist jetzt nämlich wichtig. Ich bin um 18.07, by the way, reingejoint, 1.87, lol, Rofel, Joke, lustig, ich weiß. Äh, wie auch immer. Es ist immer noch kein Apfel gespawnt, das gibt's doch nicht. Wie kann das sein, dass ich kein Apfel bekomme? Komm schon, ich brauche einen Apfel, bitte, bitte, bitte. Apfel, 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 Apfel. Come on. Ey, was ist das? Komm schon, gib mir einen Apfel. Das kann nicht sein. Als ob wirklich kein Apfel droppt. Ich werde alle anderen haben schon irgendwie 20 Äpfel und ich bin sammstruggeln, einen zu finden. Das ist das Einzige, was ich sehe, sind Setzlinge und die will ich natürlich nicht. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Ach, Mann. Okay, gerade habe ich ein bisschen Angst, weil die kommen irgendwie nicht auf den Server drauf. Ich hoffe, die haben mich nicht verarscht, sonst ist es scheiße. Sonst ist wirklich scheiße, ich habe vielleicht erwarten sollen. Ah, ich bin nicht, ich bin nicht da, wie ist das ja. Apfel, 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 kommen die immer für die Sesslinge mit, vielleicht sehe ich denn die Äpfel besser. Aber es sind keine da, gibt's überhaupt Äpfel? Wurden die rausgemacht? Vielleicht wurden die auch rausgemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe den mal an. Kommst du? Komm drauf. Ich will fighten! Komm, ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich will einfach als fighten. Let's go. Ich meine, wir sind jetzt in den Top 10, Leute. Also, soweit ich weiß, wir haben immer noch nicht die Liste gehabt, aber soweit ich weiß, sind wir in den Top 10. Und das, mehr wollte ich nicht. Ganz ehrlich, mehr wollte ich nicht. Von so vielen neuen Leuten, die dabei waren. Also, können wir gern sterben jetzt. Das, das, das macht kein Ding. Ist, ist okay. Was schreibt da? Okay, er meint in zwei Minuten kommt er online. Sein internet-spackt hat ein bisschen rum. Ja, passiert. Ist, war jetzt auch egal. Komm schon, gib mir einen Apfel. Komm, gib mir einen Apfel. Ich brauche diesen gelben, geschmackhaften Apfel. Als ob da oben noch einer ist. Komm schon. Gib her. So. Das kann doch nicht sein. Okay, er kommt. Hat er gerade geschrieben. Er kommt jetzt on. Also, ich schreibe jetzt mit Ryuga, denn ich werde mit Ryuga fighten, Leute. Und nicht mit Z-Sensei, wie ich eigentlich wollte. Ich werde doch gegen Ryuga, denke ich, kämpfen, weil Z-Sensei hat letztens Sernini gekillt. Und ich glaube, dass Sernini sehr gut ist. Zumindest habe ich das so gehört. Und das habe ich ein bisschen Angst, gegen den zu kämpfen. Ja, deshalb kämpfen wir mal gegen Ryuga. Ich kann mich ja vor Ort auch nochmal entscheiden. Also, er weiß es ja noch gar nicht gegen wen ich kämpfen will. Und da sind sie. So, gerade ist aber nur Z-Sensei da. Kurz. Let's go. Hier sind meine ganzen Koordinaten. Ist ja auch egal jetzt. Komm. Ich bin so gehypt. Ich hole mir den Mix Minecraft Dungeons. Und dann, selbst wenn Ryuga ist jetzt zu Ende, kann ich trotzdem noch ein bisschen Minecraft spielen. Durch Minecraft Dungeons. Wo? Wo ist Spawn? Ähm. Ah, Ryuga ist drauf. Alles klar. Das ist echt kein Apfel. Ich fasse es gerade nicht, ne? Ich habe einfach keinen Apfel. Okay. Äh. Alter, bin ich weit entfernt. Moment. Welche Richtung bin ich schneller? Hier lang? Nein. Doch. Hier so ungefähr. Was? Wo bin ich eigentlich? X? Ist das X? 6200. Alter, ich bin ja mega weit entfernt. Das sind beide wichtigen. Ach, ist das auch noch Z? Moment. Z? Die Richtung. Dann müssen wir in die Richtung laufen. Hier. Da lang. So schräg. Glaube ich. Ja, ich habe jetzt leider keinen Apfel, ne? Ich frage die einfach gleich, äh, ob wir ohne Äpfel kämpfen können. Weil ich, ich habe einfach wirklich keinen gefunden. Ich habe jetzt den ersten... Oh, wir haben jetzt echt schon sieben Minuten? Krass. Okay, komm. Ich muss da jetzt unbedingt hin, weil sonst bin ich am Arsch, wenn ich das nicht schaffe. Aber ich habe das Gefühl, ich laufe irgendwie falsch. Das darf echt nicht sein, du. Hier lang. In die Richtung. Lüsste ich laufen. Komm, lass mich durch. Müssten hier eigentlich irgendwo sein. Oh Gott. Was mache ich hier? Aber zumindest keine Mobs, die mich irgendwie nerven. Aber ich verstehe auch nicht, warum keine Mobs an sind. Verstehe ich wirklich nicht. Ach Gott. So, ich bin jetzt gleich bei Z richtig. Was hat er gesagt, Z? 200. Hier lang, bitte. Bisschen da lang. Gott, das dauert noch mega lang, bis wir da bei 6. Neue sind. Ach Gott. Das dauert viel zu lang, ich bin viel zu weit weg. Wo sind die jetzt? Ob da hinten spawnen ist, das glaube ich irgendwie nicht. Ja, wir rennen da auf jeden Fall hin. Ich achte gerade eh nur auf die Quads. Ich hoffe, ich mache es richtig. Ach Gott. Sonst habe ich mein Leben. Okay, das ist eine Werkbank. das ist ein gutes zeichen dass jemand ist oder halt ein zeichen dass jemand ist und das ist gut ist das kann hier für sich selbst entscheiden denke ich mal ich renne weiter oder hinten und da ist die mitte alles klar wir haben die mitte leute bin da so dass mein mikro ein bisschen nach oben stellen so damit ich mehr freiheit habt ihr wo sind sie stehen auf dem schild netter abtags vier ja okay ich muss ein bisschen was sortieren ich habe so viel müll lava einmal auf jeden fall damit wir die vielleicht tricksen können dass wir nice wenn das funktionieren würde ich habe so viel müll ne leute ich habe so viel müll why do i have so viel müll so das müsste passen kommt jetzt einfach feiten sie denken dass so ein cobblestone form vielleicht ist da jemand ich guck mal kurz ich bin auf jeden fall jetzt in der mittel was leute was ist das come on wo seid ihr wir wollen feiten frau mich wir feiten jetzt schaffen wir alles klar ist noch irgendwas drinnen da eigentlich gerade wirklich dass da noch was drin ist das ist traurig von mir das zu denken warum steht da ab tag 4 offen und dann ist es einfach gar nicht offen 50 50 war es ich guck mich mal ein bisschen um vielleicht sehe ich sie ja schon aus der distanz oh gott komm fighten fighten let's go let's go ich will fighten also die schaffen es auf jeden fall für ihre zeit noch aber mit meiner ich bin echt nicht so richtig eingespielt aber komm es muss jetzt reichen so ist langweilig ok lass mich sehen dich hallo youtube habt ihr geppel sind da moment wo sind sie erwähnt mich mit bogen weg ne können wir ohne fighten ich habe keine da sind sie jung als ob die fuldia sind ja ok ich bin tot ich bin tot ich will gegen und dann noch ein herz let's go ok ja wow ich habe jetzt schon wow wow okay die combo am ende war krass aber ich habe ich habe einfach meine korte dies falsch gelegt ok gg auf jeden fall ich habe gewusst dass ich raus bin leute ist was habt ihr erwartet ich schreibe mal ganz kurz gg und ein herz war fair aber die hatten fuldia ist hab ich nicht gewusst passiert war ein cooler match war ein cooles projekt ich bin den job 10 mehr wollte ich nicht leute mehr wollte ich nicht hoffe euch hat es gefallen das ganze projekt und ja ich krieg das doch mal ein bisschen black screen bis 15 minuten voll ist damit den ich weiße ob ich gefallen habe oder nicht ich bin tot jetzt tue 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.